Hallo YouTube, willkommen zu einem Video zur Spule und Induktivität. Heute wollen wir einmal ganz kurz darüber sprechen, was eine Spule ist und was sie mit dem Begriff der Induktivität zu tun hat. Und die Ideen dafür haben wir eigentlich schon in den letzten Videos angesammelt. Und ich wollte euch einfach nur mal ganz kurz zeigen, was man also für coole Sachen machen kann, wenn man diese ganzen Grundkonzepte einfach in verschiedenen Arten und Weisen kombiniert, zum Beispiel bei einer Spule. Wir hatten schon einmal kennengelernt, dass ein Strom ein Magnetfeld verursacht. Und wir hatten sogar einmal genauer begründet, wie das genauer funktioniert, und zwar in meinem Video zur Magnetostatik. Aber ich wiederhole nochmal ganz kurz das Argument. Wir hatten gesagt, dass die Quelle, und zwar die Rotationsquelle eines Magnetfeldes, einfach hier vorne ein solcher Strom oder eine solche Stromdichte ist. Das heißt, wenn wir irgendwie eine Stromdichte irgendwie rotationsmäßig oder wirbelmäßig oder spulenmäßig anordnen können, dann erhalten wir ein schönes homogenes magnetisches Feld. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen einfach nur einen wunderschönen spulenmäßigen Strom, wie hier vorne links zum Beispiel aufgezeichnet. Und dann erhalten wir ein wunderschönes homogenes Magnetfeld. Also Strom, daraus folgt Magnetfeld. Wunderschön. Wir wissen aber auch in unserem Video zur Induktion, dass die Induktion einfach gegeben ist über die negative zeitliche Ableitung der magnetischen Flussdichte. Da drin kommt also diese zeitliche Ableitung des Magnetfeldes vor. Wenn die nicht Null ist, dann erhalten wir eine induzierte Spannung. Das Argument ist also relativ einfach. Ein Strom induziert ein Magnetfeld und wenn sich dieses Magnetfeld ändert, erhalten wir eine induzierte Spannung. Ein veränderlicher Strom wird natürlich immer ein veränderliches Magnetfeld erzeugen. Das heißt, ein veränderlicher Strom erzeugt direkt eine veränderliche induzierte Spannung. Das heißt, wir sagen und wir kriegen eine Spannung, wenn wir einen veränderlichen Strom haben. Das hier vorne ist die Idee der Induktivität. Wir sagen jetzt einfach, oh, wir haben jetzt hier vorne einfach irgendeinen Vorfaktor, den nennen wir die sogenannte Induktivität mit einem Symbol L. Und wir wollen jetzt in diesem Video herausfinden, wie wir diese Induktivität L hier vorne berechnen können. Die Idee ist aber relativ einfach. Wir haben eine Spule, erzeugen ein Magnetfeld, das Magnetfeld ändert sich und dadurch induzieren wir wieder eine Spannung in dieser Spule. Wie können wir das Ganze ausrechnen? Naja, die Berechnung dafür, muss ich zugeben, ist etwas schwieriger. Denn sie basiert auf einem Satz, der sogenannte Satz von Stokes, den ich hier vorne aufgemalt habe. Und diesem Gesetz hier vorne, was ich euch schon gesagt habe, dieses Maxwell-Gesetz. Und das habe ich hier vorne dann vom zweiten bis zum dritten benetzt. Also das hier ist das erste Satz von Stokes, das zweite ist dieses Maxwell-Gesetz. Aber das Resultat, was da rauskommt, das ist relativ allgemein. Das können wir einfach so benutzen, ohne uns über die Herleitung davon viele Gedanken zu machen. Also wir haben hier vorne das magnetische Feld multipliziert mit der Länge dieser Spule. Also einfach wirklich, wie lang, ein Meter, zwei Meter, drei Meter habe ich das hier vorne aufgewickelt. Und hier vorne auf der anderen Seite haben wir den Strom mit irgendeinem Faktor von der Lichtgeschwindigkeit, der uns jetzt nicht interessieren soll. Und mal die Anzahl der Windungen in dieser Spule. Wenn wir das alles umstellen nach dem Magnetfeld, das heißt wir teilen einfach durch dieses L, erhalten wir unsere Formel für das Magnetfeld einer Spule. Das Magnetfeld einer Spule, das ist jetzt die wichtige Formel, die wir uns merken sollten, ist einfach gegeben über den Strom, der in dieser Spule läuft, geteilt durch die Länge dieser Spule, irgendwelche Faktoren, die je nach Einheitensystem unterschiedlich sein können, und der Anzahl der Windungen dieser Spule. Das heißt, besonders wichtig ist eigentlich der erste Teil, Anzahl der Windungen mal Strom geteilt durch Länge. Das ist das, was eine Spule wirklich ausmacht. Jetzt habe ich euch schon versprochen, dass wir uns auch die induzierte Spannung mal ausrechnen. Induzierte Spannung, hatten wir gesehen, ist eins mit irgendwelchen Vorfaktoren, die uns nicht interessieren wollen, aber auf jeden Fall die zeitliche Ableitung des induzierten magnetischen Flusses. Der magnetische Fluss ist gegeben über Magnetfeld mal Fläche, und bei einer Spule bleibt die Fläche natürlich relativ konstant. Das heißt, das Einzige, was sich ändern kann, ist das Magnetfeld. Das heißt, davon ziehen wir die zeitliche Ableitung. Und wir wissen, wie diese zeitliche Ableitung des Magnetfeldes aussieht, weil wir das Magnetfeld selber kennen. Das heißt, wir müssen nur von dieser Formel hier von der zeitlichen Ableitung nehmen. N, die Anzahl der Windung, L, die Länge dieser Spule und die Lichtgeschwindigkeit sind natürlich alles Konstanten. Das heißt, die einzige Ableitung, die wir erhalten, ist hier der Strom. Das heißt, wenn wir alles hier vorne einsetzen, erhalten wir irgendwelche Materialkonstanten, wie zum Beispiel die Fläche dieser Spule, die Lichtgeschwindigkeit, die Länge mal die Lichtgeschwindigkeit. Aber wichtige Terme hier vorne sind hier vorne explizit einmal die Zeitableitung des Stromes, wie ich euch versprochen hatte, die Anzahl der Spulen und hier vorne das Minuszeichen. Niemals vergessen, nach der Lenzschen Regel wirkt es also gegen den anfänglichen Strom, gegen die anfängliche Spannung. Und wir haben hier vorne noch einen Faktor von mal n. Woher kommt dieser? Naja, diese induzierte Spannung wird nicht nur in der ersten Windung induziert mit der ersten Fläche A, sondern natürlich haben wir das auch in der zweiten Fläche. Das heißt, wir haben dann hier vorne zweimal den ganzen Faktor. Und in der dritten Fläche haben wir es auch noch, also dreimal den Faktor. Das heißt, wenn wir n Flächen haben, haben wir n mal das Ganze hier vorne. Das heißt, wegen n verschiedenen Flächen haben wir hier vorne auch einen Faktor von a mal n. Und wir erhalten also einen zusätzlichen Faktor von n. Das heißt, die gesamte induzierte Spannung sieht so aus. Wenn wir also einen zeitlich-wänderlichen Strom haben, erhalten wir direkt eine induzierte Spannung, die proportional ist zu der Anzahl der Windung hoch 2. Das heißt, wenn wir die Anzahl der Windungen erhöhen können, wird diese induzierte Spannung quadratisch stärker. Das heißt, eine Spule hat gerne viele Windungen, um dann besonders starke Spannungen zu induzieren. Das heißt, wollen wir diese Induktivität zum Beispiel erhöhen, erhöhen wir gerne einfach die Anzahl dieser Windungen. Was dort noch drin steht, ist die Querschnittsfläche dieser Spule. Das heißt, umso größer die Querschnittsfläche, umso besser. Und geteilt durch die Länge des Drahtes. Das heißt, wir wollen möglichst wenig Draht benutzen. Natürlich kann man hier vorne zum Beispiel die Fläche und die Länge des Drahtes und die Anzahl der Windungen noch miteinander verrechnen, auf verschiedene Anweisen. Aber das soll uns gar nicht so viel interessieren. Was deutlich wichtiger ist, ist, dass wir das alles umschreiben können in eine Formel, die besonders wichtig ist. Die induzierte Spannung an einer Spule ist gegeben über minus die Induktivität dieser Spule mal die zeitliche Ableitung des Stromes. Und das ist eine wichtige Form. Dabei haben wir diese Induktivität dieser Spule bestimmt über verschiedene Konstanten dieser Spule. Die Anzahl der Windungen zum Quadrat, die Querschnittsfläche dieser Spule, die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat oder wenn ihr in anderen Einheiten arbeitet, auch möglicherweise ein anderer Faktor. Und dann eins durch die Länge dieser Spule. Also, wunderschöne Formel. Wichtig ist aber besonders dieser Teil hier vorne. Durch einen zeitlich-wänderlichen Strom induzieren wir eine Spannung und der Induktionsfaktor ist sozusagen diese Induktivität. Und ich habe die extra hier vorne mit einem Minuszeichen davor geschrieben, damit wir uns dann erinnern, dass das ganze Ding hier vorne ein negativer Faktor werden wird. Das heißt, es alles gegen unsere anfänglichen Strom oder anfängliche Spannung wirkt. Das kann man zum Beispiel daran sehen, wenn man eine Spule versucht, auf- oder zu entladen. Das heißt, wir haben hier vorne den Spannungsabfall an einen Widerstand. Wir kennen einfach die ganz einfache Formel U gleich R mal I. U-Rigella. Wunderschön. Und wir haben diese andere wunderschöne Formel an der Spule. Für die gilt, die Spannung ist gleich Minus Induktivität mal zeitlich Veränderung des Stromes. Das heißt, wenn wir die beiden gleichsetzen, erhalten wir wunderschön die Entladekurve einer solchen Spule. Wenn wir jetzt noch eine zusätzliche anfängliche Spannung hier vorne dazu tun, eine U0 hier vorne, erhalten wir die sogenannte Aufladekurve der ganzen Spule, die dann so aussieht. Das sind beides einfach Lösungen der Differenzialgleichen, die da rauskommen. Wie kann man diese Lösung erhalten? Wir haben eine Größe, die proportional ist zu ihrer Ableitung. Das heißt, wenn eine Größe proportional ist zu ihrer Ableitung, hat das irgendwas mit der Exponentialsumption zu tun. Denn wenn wir die ableiten, kommt da hinterher das gleiche raus. Wenn wir die ableiten und im Exponenten noch irgendein Koeffizient steht, wird er durch die Kettenregel dran multipliziert. Das heißt, wir wissen dann, dass die Ableitung von e hoch a mal x ist einfach a mal e hoch a mal x. Das heißt, wir sehen einfach direkt, hier vorne ist die Ableitung einer Funktion proportional zu der Funktion selber. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die richtige e-Funktion erraten. Das ist in diesem Fall die hier vorne, die uns dann diese Faktoren hier vorne gibt von minus l und r. Wie ihr auch hier direkt wieder sehen könnt, 1 durch minus l und r. Okay, wunderschön. Das ist also unsere Exponentialfunktion, einmal fürs Entladen. Und wenn ein Term dazu kommt, dann auch hier vorne zum Aufladen einer Spule. Und das Wichtige ist also, dass wir eine Spule nicht einfach instantan entladen können. Die Spule, wir können da nicht einfach den Strom direkt rausfließen lassen oder sowas. Denn wenn wir versuchen, den Strom einer Spule abzudrehen, dann kommt die Induktion. Wir versuchen also, den Strom wegzunehmen. Wir versuchen also, das Magnetfeld wegzunehmen. Das Magnetfeld verändert sich also und uniziert eine Spannung. Das heißt, die Spule wehrt sich immer gegen alles, was mit ihr passiert. Wenn wir für sie versuchen aufzuladen, wehrt sie sich dagegen. Wir können sie nicht direkt aufladen und sie ist direkt aufgeladen, sondern sie wehrt sich. Und es ist eine ganz langsame exponentielle Funktion. Oder wir versuchen sie zu entladen, auch dann eine langsame exponentielle Funktion. Weil die Spule sich sozusagen dagegen wehrt, dass wir sie auf- oder entladen. Umso größer dabei die Induktivität dieser Spule ist, umso größer muss diese Zeitkonstante hier vorne sein, damit dieser ganze exponentielle Faktor irgendetwas ergibt, was nicht gleich 1 ist. Das heißt, umso größer die Induktivität ist, umso stärker wehrt sich diese Spule auch gegen Auf- oder Entladung, wie wir es vielleicht erwarten würden. Die Spule ist also sehr gegensätzlich zu einem Objekt, was wir schon kennengelernt haben, und zwar dem Kondensator. Beim Kondensator hatten wir gesagt, U ist gleich Q durch C. Oder wenn wir das zeitlich ableiten auf beiden Seiten, erhalten wir links die zeitliche Ableitung der Spannung. Und auf der rechten Seite durch die zeitliche Ableitung der Ladung erhalten wir den Strom durch die Kapazität. Und hier vorne haben wir also Spannung ist gleich Induktivität mal zeitliche Ableitung des Stroms mit einem Minuszeichen, wenn wir es wollen. Okay, wunderschön. Und hier haben wir die zeitliche Ableitung der Spannung ist einfach gleich Strom durch Kapazität. Das heißt, die zeitlichen Ableitungen sind genau gegensätzlich. Während wir hier die Spannung haben und der Strom zeitlich abgeleitet wird, wird hier die Spannung zeitlich abgeleitet und der Strom steht als solcher da. Das heißt, diese beiden Objekte sind sehr gegensätzlich. Und das kann man sich auf unzählige Art und Weisen zugutem machen. Zum Beispiel in dem wohlbekannten Schwingkreis, zu dem wir definitiv auch noch kommen werden. Aber die Idee ist eigentlich, dass zum Beispiel, wenn wir bei der Spule einen Strom reingeben, dann zieht die Spannung sozusagen dem Strom hinterher. Während wenn wir beim Kondensator einen Strom reingehen, dann ist die Spannung eigentlich schon voraus. Denn ihre Ableitung erst ist auf der gleichen Level wie der Strom. Also ganz interessante Idee eigentlich, dass diese beiden Objekte unterschiedlich sind. Während bei der Spule dieser Strom also immer hinterher hinkt, ist bei der Kondensator der Strom sozusagen voraus. Also ziemlich interessant. Diese Gegensätzlichkeit werden wir auf jeden Fall in einem Video zu dem Schwingkreis benutzen. Wir wollen aber, damit wir dieses Video zum Schwingkreis wirklich gut mathematisch aufbauen können, vorher nochmal besprechen zu Parallelschaltung, Reinschaltung. Und ich weiß, dass vielleicht viele von euch denken, dass sie Parallel- und Reinschaltung und so weiter und die Kirchhochschung Gesetze alle schon wunderschön kennen. Aber ich kann euch versprechen, dass im nächsten Video wir mit Wechselstromwiderständen und so weiter arbeiten werden. Und das kann also ein bisschen interessanter sein. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschülü!